Ich bin wohl schon ein wenig eingerostet nach all den Jahren, arme Olivia. Dann bekämen wir uns mal den einen Sieg gegen Olivia. Und dann wären wir hier vorne wieder bei Structure Boy, ne? Sieht so ein bisschen aus wie eine Einkerbung, ist aber keine. Okay, bevor wir zur Structure Boy gehen, hätten wir hier noch einen einzelnen Duellanten draußen rumrennen, dem wir mal Hallo sagen. Das ist Honda! Aka Tristan. Honda. Ein Welles, zeig schon, was du kannst. Ich habe gerade einen sehr unvorsichtigen Fehler begangen und habe nicht gespeichert, bevor wir Honda herausgefordert haben. Hoffen wir mal, dass Honda uns nicht platt macht. Honda mit dem Super-Fisch-Deck! Honda ist... Egal. Da brauche ich nichts zu. Die Hand ist aber nicht schlecht. Da muss uns, glaube ich, schon viel passieren, wenn der uns platt machen will. Zack, zack! Und Endphase. Gab's ja eigentlich schon die Kill-Möglichkeit mit Büschel Amaryllis. Kann ich dir nicht sagen, Marcel. Da ich mich mit dem richtigen Kartenspiel in der Generation hier nicht ganz so gut auskenne, bin ich mir leider nicht mal hundertprozentig sicher, welche Kill-Möglichkeit mit Büschel Amaryllis, du meinst. Nichts dazu, okay. Ja, der Hinschädelfisch ist natürlich sehr ungünstig jetzt für uns gewesen, zugegebenermaßen. Ich würde sagen, wir regeln das erstmal mit der Spiegelkraft. Das ist eine Pflanzen-Devil-1-Empfänger, ist auch ein guter... Ach, du Scheiße, ernsthaft? Habe ich gesagt, der muss schon extrem gut ziehen, damit er uns platt machen will mit unserer Anfangshand. Der hat mal wieder genau alle Konterkarten, die man nur braucht. Jesus Christ. Remove den Fisch. Ja. Fischel Amaryllis ist auch eine unfaire Karte an einem Pflanzendeck. Muss ich mir mal angucken. Yinz-O. Yinz-O ist natürlich nicht schlecht. Ich hoffe, wir kriegen Yinz-O auch raus zur Wiedergeburt. Das ist mir eigentlich relativ egal, wen... Ach, wenn es doch nicht schlecht ist. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen Yinz-O auch raus. Nope. Konter der Wiedergeburt. Okay. Verräterischer. Und dann hätten wir hier einen Grand Maul. Der Typ, äh... Macht mir langsam Sorgen. Langsam. Dreckiger Angler-Fisch. Ja, okay. So lange er nicht angreifen kann, ist schon okay. Drei Stunden später. Endplace. Drei Stunden später. Wenn er in der Lage wäre, was zu killen, dann würde ich Ibama-Kopf jetzt eher benutzen. Aber... Da er das nicht kann, opfern wird tatsächlich Grand Maul für Yinz-O. Yinz-O. Ich muss mal deinen Effekt hier lesen. Du kannst ein anderes Fischmonster als Tribut anbieten, um meine Karte vom Spielfeld zu zerstören. Ähm... Ich bin zwar kein Fan davon, dass wir den Anglerfisch draußen lassen müssen, weil wenn er jetzt ein Zwei-Opfer-Monster-Kenners spielen kann, aber der goldene fliegende Fisch, der sollte wohl verschwinden. Dringend. Okay, er konnte nicht so viel spielen, das ist sehr schön. Sehr schön und sehr angenehm. Tick-Tack. Spalt. Das ist natürlich auch nicht übel. Aber den sparen wir uns nur noch auf. Füge Hammerkopf. Dann killen wir erstmal den Anglerfisch und dann greifen wir mit dem Hyperhammer-Kopf den verdeckten Pingring-Soldaten an, der da liegt. Mutter Grizzly, auch nervig. Okay. Schwupp und weg. Und Mutter Grizzly beschwört dafür. Wer hat's gedacht? Mutter Grizzly. Ich denke, die sollten wir spalten. Das wird sonst nervig mit den ganzen Beschwörungen. Endface. So weit, so gut. Und eine Verdeckte. Und Endface, nachdem er eine Minute überlegt hat, was er jetzt eigentlich machen soll. Ah, mehr Offensive. Schimmerdrache! Okay, Mr. Hammerhead. Was haben wir da? Meine Pflanze. Die dritte Mutter Grizzly? Seriously? Okay, hol dir irgendwas. Jetzt können es keine Mutter Grizzlys mehr sein. Büter des Ozeans. Rinner des Kampfes zwischen dieser angreifenden K... Achso, dann ist ja egal. Du kaputt! Huff, sagt er da. Und noch ein Hirnschädelfesch. Hier kommt... Äh, nichts. Bonk. Zwei, vier. Ah. Ah. Oh, hoffentlich haben wir Honda gleich mal. Austernmeister! United we stand! Oh, oh. Okay, damit hat er trotzdem nur 2,4. Der Austernmeister ist zum Glück nicht so stark. Okay. Das war halbwegs unangenehm, aber... Kann man noch mit leben. Ja, kann man noch mit leben, definitiv. Möbius. Los geht's. Ist das eigentlich schon wieder ein Wasser-Deck? Hat mir davon nicht schon genug. Möcht man meinen, ne? Das ist halt typisch für die Yu-Gi-Oh!-Spiele. Wasser-Decks sind halt rampant wie Dove. Es gibt jedes Mal immer viel zu viele Wasser-Decks. Wenigstens haben wir hier noch die etwas größere Variation. In dem Fall ist es halt kein... Äh... Daedalus, Neo-Daedalus, Legendary-Ocean-Deck. Sondern in dem Fall ist es halt ein Fisch-Deck, was ja hier tatsächlich halbwegs spielbar ist. Halbwegs. Wenn auch nicht gut. Und er spielt halt auf diesen komischen Fisch, den er da schon aus dem Deck gesucht hat und eben auch schon mal beschworen hat. Er scheint auch kein Tornado-Wand-User zu sein. Ansonsten hätten wir schon längst einen Legendary-Ocean gesehen, denke ich. Ja, das scheint es dann gewesen zu sein. Die Junso, Attacke. Da müssen die schon Scapegoats legen und die hat er nicht. Also, Ende Gelände. Ach, ich bin so schwache Gegner, Leid. Ungewinnst. Dann hätten wir Honda einmal besiegt. Brumm, brumm. Was gab es denn noch für gute Decks? Glott-Monarchen? Definitiv Monarchen. Aber gibt es da schon die besseren oder kam es erst später? Äh, es gibt hier schon die besseren, definitiv. Hier, ob es auch schon den dunklersten Monarchen gibt? Ich denke schon. Ich denke, hier gibt es sogar alle Monarchen. Das ist ein Resultat meiner Schwäche. Ich muss mich verbessern. Das ist keine wirklich wichtige Karte, aber du kannst sie haben, wenn du willst. Da kriegen wir seinen Fisch. Nope. Was ist das denn? Fisch-Torpedo. Ach, großartig. Jetzt, ob wir halten dürfen. Ich glaube, hier gibt es einen Safe-Point, oder? Ja, hier gibt es einen Safe-Point. Wenn du die, äh, verbesserten Monarchen im Sinne von die erneuerten Versionen der Monarchen meinst, die gibt es ja definitiv noch nicht. Aber hier gibt es definitiv die Monarchen, die über die vier Standard-Monarchen halt hinausgehen. Also hier müsste es auch schon Karius und wie auch immer der dunkle Monarch heißt geben. Wer bist du noch gleich? Helio. Das Kartensammler. Ich bin nicht nudge auf seine Karten. Ähm, Kartenladen. Helio. Ja gut, wenn wir schon mal vor ihm stehen, dann schauen wir uns auch mal sein Deck an. Und wenn er kein Helios-Deck hat, dann bin ich extremst verwirrt. Ein Deck ist ein Schlag, glaube ich, so neidisch. Gladiatoren sind auch geil. Ja, Gladiatoren-Deck würde ich sofort wieder bauen, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten. Leider sind Gladiatoren grundsätzlich eigentlich späte Post-Game-Karten, die man kriegt. Für immer Legende ist sein Deck. Ich bin echt gespannt. Hat der echt kein Helios-Deck? Karius ist der Dunkle. Äh, okay. Ja, also ich denke, ähm, wie gesagt, die sechs verschiedenen Attributs-Viecher sollte es auf jeden Fall geben, aber die erneuerten, in Anführungsstrichen, Monarchen natürlich noch nicht. Die sind so neu, dass ich nicht mal weiß, was die überhaupt für Effekte haben. Wir spielen jetzt den verrückten Hund. Arf. Hast du eigentlich gegen Aki sei in der Untergrund-Arena gewonnen oder verloren und bei Hello ist was? Achso, du meinst hier Helio oder was? Helio ist verdammt stark. Ja, schauen wir mal, was Helio so drauf hat. Bis jetzt haben die Duellanden, von denen mir die Leute gesagt haben, die sind super stark, glaube ich, die wenigsten Probleme gemacht. Gegen Aki in der Untergrund-Arena haben wir schon gespielt, die haben wir schon platt gemacht. Allerdings haben wir Aki im zweiten Versuch erst besiegt. Aki hat tatsächlich uns in der ersten Runde extremst in den Boden gerammt, hat erste Runde Einzelfeuerblüte, dann ein paar Removal-Karten gehabt, wir haben überhaupt keine Schnitte gesehen in dem Duell. Redragon, danke nochmal für ein paar Bits. Ach, Tete, großartig. Zum Glück haben wir noch eine Wiedergeburt. Weißer Stein der Legende. Ach, der hat ein Blue-Eyes-Deck, ach, großartig. Mein Traum. Wir benutzen trotzdem die Wiedergeburt. Können wir noch ein paar seine Lebenspunkte wegmummeln. In Gladiatorn bin ich nicht warm geworden, aber ich würde sie nochmal in der Jax-Ära ausprobieren. die Gladiatorn waren in den vorherigen, in 2008, so mit mein absoluter Lieblingstyp zu spielen, als ich das früher selber gespielt habe. Auf Online-Duelle und so weiter habe ich meistens Gladiator Beast gespielt. Blitzeinschlag, die Hand ist leider absolut nicht beeindruckend. Die Schrottmonster kamen später. Ich glaube, es kamen später mehr Schrottmonster, aber es gibt hier auch schon so ein paar von den Schrottmonstern. Die waren ja von Standard mäßig von Anfang an in 5Ds vertreten. Das ist ja quasi Jusay's Ding, Schrottmonster zu benutzen als Hauptcharakter. Weil er ja so ein Edgy-Typ aus den Slums ist. Lichtverpflichteter war auch gut. Ja, das ist richtig. Lichtverpflichteter würde ich auch sofort bauen, wenn wir die Option hätten, die ganzen Lichtverpflichteter zusammenzukriegen. Ich glaube, in 2008 haben wir nie wirklich die Gelegenheit gekriegt, Lichtverpflichteter zu benutzen, weil man die Lichtverpflichteter glaube ich dadurch freischaltet, dass man im White Championship in 2008 unglaublich viele von den Gegnern fünfmal besiegt und so dermaßen viel Zeit haben wir darin dann auch wieder nicht investiert. Bis halt gerümpelt verwendet. Ja, dazu gehören doch auch später die Schrottviecher, oder nicht? Dann spielen wir mal Breaker. Und attackieren erstmal bitte Breaker. Schrott war so ein eigener Garton. Jump. Und der Stein der weißen Legende gibt ihm noch einen blauäugigen weißen Drachen auf die Hand. Mehr blauäugigen weißen Drachen. Ahoy. Ja, ich glaube, aber das Dall ist jetzt vorbei. Was auch immer er für eine Kombo versucht rauszuspielen, hat er auf jeden Fall nicht rausbekommen. Dann, äh, gute Nacht Helio. Ein Sieg gegen Helio. Oh, ich bin so schwacher Gegner. Ich bin so schwacher Gegner, Leid. Es scheint sind Gerümpel und Schrott verschiedene Dinge, auch wenn's äh, quasi synonyme sind. Tja. Quasi. Ich hab zwar verloren, aber das macht mich stärker. Bist du neidisch? Ich werd dir das hier geben. Ich hab sowieso Tonnen davon. Und? Bist du neidisch? Mein Gott, halt doch die Klappe, du blödes Kind. Wir kriegen mal ein Blöweis. Nope. Alex Helz. Die Finsternis. Sex, versiegelte Fusion. Sure, thanks. Dann... Schrott hat so viel mit gerümpelt sind wie Cyberdrauch mit Antike Antrieb. Kann nicht sein. Cyberdrauch und Antike Antrieb sind keine Synonyme. Ja, dann Nico, das Strukturkind. Wir setzen hier wieder den akuten Safe State, für den Fall, dass wir es restarten müssen, aus einfachen Zeitgründen. Und ich werf mal einen Wert 20. Welches Deck nehmen wir denn? Die Numero 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Es ist Search of Radiance. Oh Gott, Parsif. Okay. Gegen Blaze of Destruction. Mehr Kevins. Man kann nie genug Kevins im Stream haben. Einen wunderschönen guten Abend, Kevin. Ich hoffe, das ist ein schönes Wochenende. Oh, dann starten wir mal unser neues Strukturduellet. Das ist die Schnellen und die Toten. Du bist halt kein Schrott. Vorwommen in Pachi und deine Verdeckte. Ein schwerer Sturm, wenn nicht schlecht. Gegenfeuer. Wenn diese Karte ein 19. Zergebnis und Kämpfze schon und ein Friedhof legt wird, für großartige Dinge. Widerlich, das zu versuchen, zu müssen, zu tun, zu können, zu machen. Aber wir spielen mal Galandur. Galandur ist extrem gefährlich gegen einen Blazin-Inferno-Deck. Was spielt der Testalos? Gut, dass wir noch einen verdeckten... Ach Gott, der mit unserem Gelndur noch verdeckt ist. Ja. Der Vorteil ist, dass wir Parshaf aus dem Friedhof holen können. Wir können sowieso nicht an Testalos vorbei. Und ein Call. Und der Blazin-Inpachi ist zurück. Was? 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 KI! Warum? Was tust du? Wieso? Wozu? Das ist... What? Stufen? Warum ist Stufenbeschränkung B überhaupt in dem Deck? I... I don't even! Aber Hauptsache, Königlicher Ritter wird jetzt das MVP-Monster schlechthin durch seine Stufenbeschränkung. Weil die ist denn kaputt mit den Gegnern in diesem Spiel. Ja, dann wird leider unser Galandur killen, aber was soll's. Es muss ja weitergehen, ne? Der König hat sich außerdem gerade in den Chat geschlichen. Einen wunderschönen guten Abend, König. Viel weiter am Wochenende. Alles gut bei dir? Bye-bye. Ja, weil Burn. Tschüss, Gang, Dwar. War lustig. Ist ja unglaublich. Den Kobalt der tosenden Flammen vielleicht. Äh, vielleicht. Ja, und ultimatives Baseball-Kind gibt ihm natürlich auch noch hier Sweet Edge. Äh, können wir da was tun? Ne. Ja, das ist jetzt Kacke, ne? Das Viech ist halt nur Stufe 3. Okay, deswegen Stufenbeschränkung, weil er Baseball-Kind dreimal spielt. Oh mein Gott, äh. Magischer Hammer! Ich würde gerne Primature Burial behalten, aber die anderen beiden können wir mal wieder reinmischen. Auf alle Karten von deiner Hand auf den Friedhof wähle dann eine Anzahl von Lichtmonstern in deinem Friedhof, die der Anzahl der abgeworfenen Karten entsprechen, und füge sie deiner Hand hinzu. Das kann ja nur gut gehen. Ähm, da wir keine bessere wirkliche Wahl haben. Königlicher Ritter. Und dann hätte ich gern diese Angriff-Annulieren-Karte draußen, dann killen wir doch mal seinen Blazonen-Pachi. Voll gefressen, Freitag gab's Party-Pizza. Nur mit Fleisch und Hollandaise und heute Essen von Griechen, um die lokale Gastronomie zu unterstützen. Naja, Güte. Da hast du aber gut reingehauen dieses Wochenende, wa? Er gibt leider plus null den Flammen-Pachi zu killen. Hat keine Defense. Ich hab noch nie Pizza mit Fleisch und Hollandaise gegessen, muss ich dazu sagen. Schon von manchen Leuten gehört, dass es gut sein soll. Aber nie probiert. Tja, das ist jetzt wiederum schlecht. Ich hab mehr oder weniger darauf gebaut, dass er kein zusätzliches Monster mehr für den... Okay. Ich weiß, dass Baseball-Kind rausspielen kann, aber da ist es halt. Was willst du tun? Uff. Ähm. Ja. Boah, ist das Mist, ey. Ich hab das Gefühl, wir sollten das Duell einfach resetten, weil ich weiß nicht, wie wir da jemals durchkommen sollen da hinten. Ja. Mehr. Ketten. Benutzen Locken das Licht eh nie. So, jetzt haben wir eine Zuflucht im Himmel. Die behalte ich mal noch auf der Hand. So, wenn er jetzt wieder ein Monster spielen kann und dann wieder stärkt, dann ist... Topf der Gier, was macht die Karte überhaupt? Ja, und Sonne, okay. Nevermind. Das ist gelaufen. Äh, hier. Versuchen wir das doch nochmal. Surge of Radiance. Dieses Mal gegen Warriors Triumph. Flupp. Und der ist auf Pizza, das ist mega. Ich mag Sonne, der ist sehr gerne. Ich esse die mit allem möglichen Unfug, was Gemüse und sowas angeht. Aber auf Pizza, weiß ich nicht. Geilste Hand übrigens. Das ist... Wow. Wow. Weiß nicht, was ich da sagen soll. Ha. Hart. Hart und sehr belastend. Dunkelklinge. Großartig. Ich meine, wir können die Elfte unserer Lebenspunkte bezahlen, um ihn zu killen. Schreibe nach Instant Reset. Mehr oder weniger. Wir gucken mal, was wir noch vom Top Deck kriegen. Das ist nämlich sehr gut. Damit kann man arbeiten. Irgendwann ist... Ah, ich hätte die Zuflut schon mal aktivieren sollen. Das war jetzt drauf. Quatsch diese Karte, Monster angewaltete Verteidigung, zerstöre das Monster durch den Effekt. Das ist unglaublich. Okay. Klänzender Elf ist down. Ruperu. Chicken Crossies, Peperoni, Zwiebeln und so. Solland, das ist mega. Mein Gott. Kommt ja immer mehr drauf bei euch. Okay. Dann holen wir uns jetzt dieses wunderschöne absorbierende Himmelskind, weil es wird sowieso geöpfert. Dann hoffen wir mal, dass da hinten kein Removal liegt, weil ansonsten sind wir sofort am Arsch. Okay. Die Zuflucht im Himmel. Wird sowieso ein Mist. Okay, hat sich das eh gegessen. Dann hätte es auch keinen Unterschied gemacht gehabt. Umfassende Verwüstung. Und dann opfern wir mal dieses komische Kind hier für Parshef, den Luftritter. Yay, Karten ziehen. Go Parshef. Mach mal was Sinnvolles hier. Das hält ihn allerdings scheinbar nicht auf. Gucken wir mal. Ah, Namaste. Das ist tatsächlich sehr verrührerisch. Tag. Also lieber eine Thunfischpizza mit Zwiebeln und Väter oder eine Pizza mit scharfer Salami. Mit Knoblauch. Ach, Schnappstall. Ja, dann ist ja sehr gut, dass wir gerade in der MST gezogen haben, wa? Zack. Aber meine Standardpizzen sind entweder halt mit Salami, scharfe Salami-Pizzen vor allen Dingen. Scharfer Soße. Oder Schinken und Champignons. Hab früher aber auch gerne so Gemüsepizzen mit Spinat und Brokkoli drauf gegessen. Überraschend lecker. Ja. Hm, schlapp. Brauchen sie sowieso nicht noch ein paar, Chef. Gaias Schirmherrschaft. Ausgebildeter kärtischer Wächter. Sie müssen unter Damage. Ist gut. Ähm, ja. Königlicher Ritter. Können wir heute nicht mehr schreiben anscheinend? Ach, das hat man schon mal abends. Keine Sorgen drum machen. Bau, wundenreißende Flammberge. Jetzt geht's aber los. Jetzt kriegt's hier der grimmige keltische Wächter Bau, die wundenreißende Flammberge. Um mit Flammberge in eine umfassende Verwüstung zu laufen. Ach, Königliche Adlers. Ernsthaft? Können wir noch was machen? Na, Loch Misslicht hilft nicht. Goddammit. Als wäre das hier nicht schon mistig genug gewesen, ne? Ha? Wieso spielst du denn jetzt als Gearfreed? Warum hast du Gearfreed nicht in den MP1 gespielt oder das? Wahrscheinlich wegen Spiegelkraftangst oder so. Naja, soll mir recht sein. Blitzeinschlag. Wer braucht schon Gaias friggen Schirmherrschaft? In dem ganzen Mist. So. Ernstengel der Weisheit. Beatdown Ahoy. Macht'se Platz. Oh, ein Königlicher Ritter. Attacke. Der Rache fällt zu Beginn hoffentlich. Wenn er jetzt nicht ein 1,9er Topdeck. Das wäre jetzt übel. Und er Topdeckt. Trommelwirbel. Blablabla. Nichts. Oh, thank God. Und wir haben Meteor, Weiser des Himmels. Danke. Ein Beatdown-Monster. Raus damit. Wegen Sendboote. Maße. Deswegen haben wir's drin. Das ist klar. Nichtsdestotrotz. Blah. Geil. Schirmherrschaft. Blah. Bete. Eie. Ja. Ich bin so schwache Gegner-Light. Jesus Christ. Ich bin vor allem so schwache Struktur-Decks-Light. Das ist... Wird soweit immer anzutreten. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Okay. Wir haben dem Parsif weggewonnen. Eins machen wir noch. Und ich bin total erschöpft. Der armer Junge. Hey Mann. Wo ist mein Struktur-Kampf? Okay. Zombie. Na komm, wir würfeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Das ist tatsächlich Zombie. Aber wir haben mit Zombie schon gewonnen. Also können wir Zombie leider nicht nehmen. Dann gehen wir einfach einen weiter. jęter.